Ja moin, Luke hier. Das ist eine Stream-Aufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Da haben wir es doch. Oh Gott. Ah! Nicht vom Beckenrand springen, ja, ja. Ja. Okay. Und hier ist auch die Frau. Okay. Hier können wir runter. Wer immer das hier war. Schlüssel zur oberen Kathedrale. Die müssten wir jetzt komplett wegknallen hier. Ja. Hm, 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 hm. Yannam und Lordran, dasselbe Land. Ah, ich muss hoch. Was mache ich denn, ey? Nebel unten, Wolken oben, freigelegte Brüste in der Mitte. Leider nicht. Trübe Säulen und Bäume. Yannam ist in der Zukunft. Also ich glaube, offiziell ist das nicht so, aber es wäre irgendwie ganz, ich weiß nicht, ob ich es geil finden würde oder nicht. Aber ich glaube, ja, mag ich an den Souls Games, dass man das nicht alles erklärt wird. Und, ja, ja, das macht auch einen großen Reiz für mich aus, der Interpretationsspielraum. Ich glaube ja, by the way, auch, dass das hier auch ein Traum ist. Also das hier ist auch alles nicht echt. Das ist halt quasi so eine immerwährende Jagd hier. Ähm, und nur wenn man sich von Gammon am Ende quasi killen lässt, wacht man dann wirklich auf. Hallo. Bro. Hm. Kann auch sein, dass du so wahnsinnig bist und die ganze Zeit Bürger abschlachtest. Ja, true, wenn du jetzt, wo du es sagst, kann auch sein, ey. Schlüssel zur oberen Kathedrale. Nice. Ich weiß, was hier kommt und da habe ich nicht so Bock drauf. Was auch immer du bist. Okay. Großes Katzenspermium. Sind hier irgendwelche Amygdalas? Nee. Holy shit. Naja, hier kommen die Jungs dann mal. Ups. Warum, ey. Mann, Spiel. Lass mich doch reposten. Ah. Schon widerlicher Viecher, ey. Toll. So. Geil. Wir müssen links rum, glaube ich. Und irgendwann kriegen wir da auch eine Abkürzung und können rechts rum. Okay, das macht halt gar keinen Schaden. Ach du Scheiße. Ah, die machen einen wahnsinnig, wenn die einen treffen. Hm. Großer See. Ah. Es gibt in jedem From Software Spiel einen Status, der einfach nicht aufhört zu steigen, wenn man irgendwie die Gegner killt und, ne. Hasse es, ey. Hang. Lasst mich in Ruhe. Okay. Gar keinen Bock auf euch. Ich weiß, dass Wahnsinn aufhört. Aber es dauert halt so lange, dass es halt einfach manchmal keinen Sinn macht, dass man trotzdem noch stirbt. Ich wurde eben... Nein, ich wurde zweimal getroffen. Okay, aber... Oh. Bang, bang, bang. Oh. 75% des Lebens. Oh, warum? Ah, okay. Puh. Kann gut sein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Oh. Ja, stimmt. Hier sind ja die Jungs. Und zwar ein paar von denen. Core-Handschuhe-Gewandhose. Okay. Echt? Am Anfang waren es 100? Man war einfach tot? Achso, einen Hut haben wir nicht gefunden. Hä? Core-Gewand. Äh... Core-Handschuhe. Warte mal, wie... Wie viel Dings hat das eigentlich? Oh, es hat fast keine Wahnsinnsresistenz. Okay. Okay, ich weiß, da hinten... Werwolf oder so ein einsichtslutschender Dude. Oder beides. Ah, ne, hier hinter. Ah, genau. Ja, ja, da macht man... Das ist eine... Ah, ich sag doch, ein Werwolf. Mit blauen Augen. Warum hast du blaue Augen, Minion? Goodbye, du Lappen. Glutsteinscherbe gibt der... Ja, komplett sinnlos. Braucht man doch nicht mehr, wenn man hier ist. What the fuck? Aber das war auf jeden Fall eine Abkürzung da. Hier ist, glaube ich, auch noch so ein lutschender Bro. Hier wird nicht gelutscht. Wenn ich hier runtergehe, fallen... Ja, da sieht man einen Werwolf oben. Fallen drei oder vier Werwölfe runter. Glaub ich. Und das Licht geht aus, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir müssen jetzt runter. Ja. Jopp, jopp, jopp. Oh, das sind vier oder fünf... Ne, vier... Drei oder vier. Ganz ehrlich, wenn ihr da rumgeht, dann gehe ich hier rum. Hehe. Goodbye, ihr Lappen. Da ist noch einer. Das sind vier Stück, ey. Ritualblut fünf. Oh, shit. Oh, no. Weiß nicht mehr, wo es lang geht. Okay. Nee! Ich dachte, ich kann da durchdashen. Nee! Ich glaube, die kriegen auch mehr Leben, wenn die einen abgesaugt haben, oder? Kosmisches Auge, Wächterabzeichen. In zwei Einsicht verloren. Oh! Bro, hallo. Wieso? Ich... Stich, Ausweiterangriff und Feuer. Wir machen dann nur Stichschaden eigentlich. Es gibt doch nur Stich und Stumpf, oder? Stich. Stich. Hä? Aber warum steht dann da Stich und ein Stumpf? I just came. Hm? gibt es eigentlich irgendein gegner der gegen ausweide angriffe resistent ist so dass tür schließen wo geht es lang das ist ekelhaft ok meine echos haben er hat die echos natürlich hast du die echos du lappen und wieder tot alter ich hasse diese dudes ok jetzt sind diese ne weg also ja diese stelle hatte ich auch in meinem kopf als ekelhaft frag mich aber warum gerade hier so viele von den einsicht schlürfenden bros sind kane zu feuer machen kann nicht vielleicht das ist die frage macht halt wenig schaden müsste nicht upgraden und ich solange ich darf nicht so dämlich sein dann geht das hier schon der eine hatte richtig bock da muss ich ein wolf droppt irgendwas oder kann das sein ich glaube ein wolf droppt irgendwas oder da ist was ok alle irgendwas job wenn man alle killt oder so kann das sein ja keine fake words ja blutsteinscherbe blutsteinscherbe zwillings blutsche ist komplett sinnlos einer ist hier noch oder ja komm her du lappen komm her du lappen hey oh mei oh mei die droppen nichts ok dann habe ich irgendwas übersehen weißt du was versuchst du mal mit dem feuer dings der schlürft boy da ist er ops ich habe keine ahnung wo es lang geht um ehrlich zu sein irgendwas übersehe ich doch der feuer effekt ist ja auch gar nicht nervig ich weiß dass es keine fake words gibt ich weiß dass es keine fake words gibt und ich höre nicht auf zu laufen by the way das ist halt mein controller der kaputt ist aber in dem spiel ist er irgendwie nur kaputt wenn ich nicht sprinte wenn ich sprinte geht es fragt mich nicht warum ich habe keine ahnung in dark souls war war er mehr kaputt ja doch in dark souls hä oder muss ich rausquitten droppt irgendwas ach hier oh god ok ja der nee das ist eine falle hier ist nämlich so ein schlürft boy komm mal zurück ja ja i knew it oh nein ernsthaft oh ok war zu blöd um uns zu greifen wird man schön von dem hier rein und dann greift er ein da hinten ist einer hier ist auch einer ja und den kann man von hinten ran ok noch einer why du hast weisen ausschlüssel mhm so das ist die abkürzung aber wo kommst du denn warum bist du denn hier auf einmal junge oh der nahkampf äh der aufgeladenen angriff sticht die glaube ich und deswegen hat das gerade so viel schaden gemacht merken oh wer bist du denn hello wir kommen gleich zu dir mini war das der da hier hinten ist sieht so aus war alter blaues elixier augenbindenkappe madman's knowledge ja habe ich mir gedacht die wurden halt die alle ausgesaugt wahrscheinlich perlenschnecke ok ok so ist das nicht eine puppe von mikolasch ah ne reden kontaktieren ach so kontaktiert man die alten oder was sagt man denen so hallo ist das hallo in old one speech scheint so wa äh what ach so ich kann unten weiter ja ja ähm hier ist noch ein doggo oder ja wir gehen andersrum hä hä oder sieht man da irgendwas vielleicht sieht man da keine amygdala oder so schade 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 das gebiet hier ist auch so creepy wir haben insgesamt acht einsicht verloren oder ich glaube acht weisen hausschlüssel da sind es kaltblut und wir machen das tor auf geil und wir leveln einmal denn ich glaube jetzt kommt schon der nächste boss die kleinen alien dudes oder ausdauer zwei level brauchen wir noch dann haben wir das beste level äh ja dürften wir eigentlich nicht mehr leveln ne ha 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 hello oop dee doo Moin! Moin! Okay. Ja, okay, jetzt schon. Ja, ja, ja. Moin! Jungs! Kommt ihr? Da kommen sie. Wer bleibt zurück? Irgendwie gar keiner. Hm? Ah doch, da hinten. Ja. Ja. Wow. Ah, das war ja gar nicht. Hm? Wo ist er? Ah. Ja. 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 Okay, weglocken Kommt GG Ah, yes, okay Uh Nice Okay, die kriegen auch viel Schaden, wenn man, äh, die sticht Nice Ähm Der hat ja gar nicht mal so viel geg- Ne, wir hatten nicht viel Aber trotzdem gibt der nicht viel Äh, der Boss Was haben wir hier noch? Nichts Ja komm, 30.000 Seelen ist zu viel Ich weiß gar nicht, ob Ibritas jetzt direkt kommt oder ob da nochmal ein kleines Gebiet ist Wie viel brauchen wir? Ah, passt sogar Ähm Mehr Leben, bitte Mhm Lichtblumengarten Ist noch was Okay Also wenn du jetzt meinst, der Weg zur Ebrita ist ja, das weiß ich Okay Ich dachte, du meinst, hier ist noch ein Item War das nicht hier? Ja, muss man auch erstmal irgendwie drauf kommen, ne? Wie man das kaputt machen kann Gar nicht, wie ich damals drauf gekommen bin Wahrscheinlich einfach durch Zufall aus Verzweiflung oder so Hat man hier Vika Amelia bekämpft? Unten? Kann das sein? Abgespeckte Version der Fake Wall Ha Fake Wall of Wish bestellt Ein Ruf ins Jenseits Kleine Sternenexplosion erschaffen Warte, lass mal lesen Eins der Geheimrituale des Chors Vor langer Zeit erreichte die heilende Kirche mit Hilfe von Trugbildern eine hohe Finsternesebene Konnte die äußeren Ebenen des Kosmos aber nicht kontaktieren Das Ritual hatte sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht Er schuf aber einen kleinen explodierenden Stern Nun mächtiger Teil des Chorarsenals Manchmal bringen Fehler die Entdeckung hervor Hm Okay Ach, okay, es ist Ah Junge Man ist Ich glaub hier geht's direkt zu Wow, Junge What the fuck Ich glaub hier geht's direkt zu Ebritas, oder? Die hab ich auch nie geschafft Ja Okay, krass Wen kann man hier beschwören? Damian Wer zur Hölle ist Damian? Da ist sie, die hübsche Oh Gott Altar der Verzweiflung Altar der Verzweiflung Soll warten Soll warten Man kann einfach Welcher Altar An den hier oder an den Wo Vicky Amelia war Geht noch nicht Okay Muss man sie erst killen Für irgendwas Hier ist by the way Irgendwas, was aussieht wie Rom Die kniet davor geht wohl erst Wenn sie tot ist Okay Okay Ähm Mal gucken Das wollte ich nicht Ach man macht hier gar keinen Schaden Geil Aber sie macht einen Schaden Ich Hallo Hallo Ich seh nix Ich seh nix Scheiße, ich wollte eigentlich nicht von ihr weg. Dann kommen wir her. Sie tut mir auch leid, ich sei ultra hässlich, keiner mag sie, wir kehren sie einfach. Ich muss wieder... Deine scheiß Tentakel, Mann! Ja. Lass mich doch mal dahin, danke. Oh oh. Nee. 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 Kamara ! Nee. Okay. What? Okay. 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 Mädel. Ich bin jetzt so satt rumgeschlabbert zu werden von irgendwelchen random Tentakeln. Gott dammit ey. Ah. Okay. Für diesen Fleischfetzen fließt die Zeit rückwärts. Für mich persönlich quasi. Ah ja, sie lebt wieder. So kann man den Covenant dann wieder quasi herstellen, wa? Wo ist denn jetzt Alfred? Ist er einfach weg? Und kriegt das nicht mit, oder was? Ah, Mensch. Nee. Oh, doch. Hier ist er, aber dann geht's nicht mehr so gut. Okay. Strahlen. Ah ja, die Krone dahingestellt. Aber wir haben die Krone doch. Das macht keinen Sinn. Okay. 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 Okay.